Also gut, es geht um... Einen Bettler! Einen Bettler! Es geht um einen Prinzen? Und einen Bettelknaben. Na, das fängt ja gut an. Mach alles einfach, so wie ich. Sei einfach mein Spiegelbild und der Rest ergibt sich. Betrachte ganz genau, was ich tu und glaub daran. Du bist jetzt der Prinz. Dann sieht man dir das an. Wer bist du? Ich? Hör auf damit! Nein, hör du auf! Lang lebe der König. Ich bin Edward Tudor, der Prinz von England. Ja, na klar, und ich bin Wilbur, der singende Tanzwehr. Meine Familie würde euch packen, in einen Sack stecken und erst wieder rauslassen, wenn das Königshaus das Lösegeld gezahlt hätte, wenn sie rausfinden, wer ihr seid. Dann dürfen sie es eben nicht erfahren. Vielleicht eine kleine Ballade? Na ja, es war so groß und so fett. Dann lass mich mit dir gehen. Warum? Ich bin der Prinz. Es gibt sogar noch etwas Eintopf. Magst du etwas? Nicht erschrecken! Großartig! Ich wollte hier die ganze Straße aufwecken!